Hallo, ich bin Elie Nix und das ist der erste Part meiner Love Island Challenge. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einem ganz neuen Format von mir, denn das ist die Love Island Challenge. Oder wie ihr sie eigentlich kennt, Sims 4 Community Dating Challenge. Ich habe beschlossen, sie in Love Island Challenge umzubenennen, einfach weil es ein bisschen ein gängiger Titel ist, den man nicht sofort wieder vergisst. Wie der Name schon sagt, es ist eine Community Challenge. Das heißt, ihr entscheidet mit, wer teilnehmen darf und auch wer rausfliegt. Falls du da gerne live dabei sein möchtest, schau gerne auf Twitch vorbei. Wir spielen jetzt jeden Donnerstag an dieser Challenge weiter und wie gesagt, ihr könnt wirklich jede Menge mit entscheiden. Eine Sache, die ich mir unter anderem überlegt habe, damit es noch interaktiver ist, ist ein sogenanntes Glücksrad. Das werdet ihr hier jetzt auch im Video sehen. Da könnt ihr dann mehr oder weniger aktiv mitentscheiden, was passiert. Aber mehr dazu erkläre ich natürlich im Video. Und ihr könnt mir für die Challenge natürlich auch noch neue Sims erstellen. Der Hashtag lautet Elie Nix Dating. Es werden jede Woche neue Sims hinzukommen. Das mit dem Glücksrad war übrigens sehr spontan und sehr improvisiert. Deshalb sieht das in diesem Part jetzt noch richtig kacke aus. Aber im nächsten wird es dann besser. Versprochen. Aber gut, dann starten wir jetzt in den Part hinein. Unsere Charaktere sind... Wir haben den Janik Hilgers. Bis jetzt ist nämlich noch nichts Wirkliches passiert. Sie haben sich nur ein bisschen kennengelernt. Und Olivia und Toni waren auf einem Date, aber eigentlich ist da auch nicht wirklich was passiert. Sie haben nur gequatscht. Das ist unser Janik Hilgers. Er ist ein sehr lieber Boy. Er möchte seine Seelenverwandte oder seinen Seelenverwandten finden. Er ist sehr nett. Er ist romantisch. Ein Chaot. Er hätte gerne Kinder. Und er ist verführerisch. Dann haben wir unseren Iven. Wenn wir uns ganz ehrlich sind. Iven hat bis jetzt nichts gemacht, außer alle zu nerven. Er ist nämlich wartungsintensiv. Korrekt. Ein Snob. Er möchte keine Kinder. Und er ist geschäftstüchtig. Und er glaubt, er ist unschuldig. Weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt. Und er wäre gern herrlich reich. Dann haben wir Zoe. Zoe liebt die Natur. Sie ist fröhlich, romantisch. Wäre glücklich, schwanger zu werden und ist verführerisch. Sie ist aber auch eine Serienromantikerin. Also, man weiß nicht genau, was sie hier wirklich macht. Und dann haben wir noch unseren Toni. Der war gerade auf einem Date mit der Olivia. Der ist, ja, er wünscht sich ganz viele Kinder. Er wünscht sich eine erfolgreiche Abstammung mit vielen Kindern. Er ist treu, er ist romantisch, ordentlich, mutig. Er ist ein Stäbchen-Profi. Möchte im Moment keine Kinder. Er ist betörend. Was hat der denn alles? What? Er ist geliebt, sorglos, aufgeschlossen, häuslich und verführerisch. Und dann haben wir noch unsere Olivia. Unsere Olivia, die möchte ihren Seelenverwandten finden. Sie ist Musikliebhaberin, romantisch, Genießerin, möchte keine Kinder, ist aber fruchtbar. Geschäftstüchtig, verführerisch. Sie ist ein Liebhaber, Künstler und sie hat Angst vor unerfüllten Träumen. Dann haben wir noch unseren Rex, der eigentlich, wir wissen nicht ganz, warum er hier ist, denn er ist nicht kokett und ein Einzelgänger, aber er möchte trotzdem irgendwann die große Liebe finden. Außerdem ist er aktiv, er ist neutral in Bezug auf Kinder, er ist ein Held und er hat Angst vorm Schwimmen. Und dann die Mandy. Die Mandy ist ein Hitzkopf, romantisch, kreativ, möchte im Moment keine Kinder, unverführerisch und sie ist eine Serienromantikerin. Und man kann jetzt eben mit dem Rad, also entweder beide Sims aussuchen oder Sim und Aktivität. Gut. Du hast dich also entschieden für Toni und Hände küssen. Wir finden jetzt heraus, wem Toni die Hände küsst. Also Schrecks aus Toni ist Toni Hamilton. Deswegen drehen wir jetzt das Rad. Und wem wird er versuchen, die Hände zu küssen? Ja, also ich weiß nicht warum, aber das Spiel macht absolut das, was Schreckser will, weil Schreckser will ohnehin Toni und Jannik verkuppeln. Gut. Dann wird Toni jetzt als erstes Mal zu Jannik hingehen. Da ist Jannik. Toni, geh hin und küss ihm die Hände. Ich bin schon gespannt, ob die das zulassen, weil die kennen sich ja eigentlich noch gar nicht so gut. Wir werden sehen. Uh, ja. Ähm. Also, Jannik sagt zwar, Jannik steht nicht so auf Player. Ich bin mir da nicht so sicher. Sie haben nämlich instant eine romantische Leiste. What? Das ging jetzt aber schon schnell, oder? Sie haben schon romantisches Interesse. Oh, oh. Oh, oh. Ich schau mal, was da so passiert, bevor wir weitermachen. Und Toni fühlt sich auch schon kokett, frisch und fröhlich, wegen Anmachspruch in einer sauberen Umgebung. Toni fühlt sich so frisch und sauber wie der Raum, in dem er sich befindet. Das Gespräch ist beendet, aber zumindest haben wir schon zwei mit einer romantischen Leiste. Und das ist immerhin besser als nichts. Also, als nächstes hat sich Jassi gewünscht, das Rad zu drehen. Ich möchte, dass Olivia flirtet. Aber mit wem flirtet Olivia? Das werden wir jetzt auswürfeln. Natürlich, wenn Olivia selbst rauskommt, werden wir nochmal am Rad drehen. Weil sonst funktioniert das ja nicht so ganz. Und Olivia kommt natürlich tatsächlich selbst raus. Das funktioniert nicht. Wir drehen nochmal. Olivia flirtet mit... Ethan. Okay. Da bin ich ja mal gespannt, was daraus wird. Ethan ist ja immer ein bisschen besonders, sagen wir so. Unsere Olivia fühlt sich auch kokett. Das passt perfekt. Ähm... Wo haben wir Ethan? Hier. Geh hin und flirt mit ihm. Also, Olivia. Trau dich. Flirte Ethan an. Das wird nichts. Ja, ich weiß auch nicht. Wobei, sie verstehen sich gleich schon ganz gut. Oh, oh. Ich bin schon gespannt. Und? Lief gut. Er hat es akzeptiert. Romantische Leiste haben sie jetzt noch keine. Sie hat jetzt eine Stimmung mit Toni? Ach so, weil sie zusammen gekocht haben. Süß. Ja, aber mit Ethan zwar okay, aber nicht unbedingt irgendwie sonderlich. Wie nennt man das? Eindrucksvoll für beide, würde ich sagen. Gut. Dann wollte Mary noch das Rad drehen. Mary. Zoe und Rex möchte sie. Und wir werden schauen, was dabei herauskommt. Also einmal unsere Zoe. Und dann, wo haben wir Rex? Rex. Okay. Gut. Da haben wir sehr viele verschiedene Interaktionen. Wir haben Techtelmechtel über Interessen reden, Kompliment über Aussehen, flirten, anbrüllen, küssen, streiten, Witz erzählen, Mutter als Lama beschimpfen, die kalte Schulter zeigen, prügeln, Anmachspruch, Hände küssen, beleidigen und kennenlernen. Und dann werden wir am Rad drehen. Das ging wohl nach hinten los. Zoe muss jetzt nämlich Rex die kalte Schulter zeigen. Ob das zwischen den beiden dann noch was wird, kann man natürlich nicht sagen. Wo haben wir Rex? Rex trainiert gerade. I want drama. Okay. Zoe, geh hin. Sie kommt. Achso, nein. Ich dachte, sie geht zu ihm hin. Dabei ist sie das selbst. Sie wird. Warum können wir das nicht? Ja gut, dann wird sie ihm eben verbotene Wörter um die Ohren brüllen. Zoe geht jetzt hin und wird einfach Rex anbrüllen. Und er ist sowieso schon sehr angespannt. Oh no. Oh no. Und jetzt möchte sie auch ihn gleich nochmal beleidigen. Ja gut. Mary wollte Drama. Jetzt gibt's Drama. Die beiden verstehen sich jetzt gar nicht mehr so gut. Schreit jetzt noch weiter. Okay, jetzt wollen sie aber miteinander plaudern. Aber er fühlt sich jetzt unwohl. Miese Zeit. Wegen der Vorliebe von Tony. Sims, die längere Zeit Dingen ausgesetzt werden, die sie nicht mögen, werden mit der Zeit verrückt. Rex hat sich nämlich selbst dafür entschieden, dass er keinen Sport mag. Und trainiert die ganze Zeit. Was ist mit dir eigentlich? Ich werde Sims niemals verstehen. Ginnylein weiß nächstes dran. Yannick soll jemanden küssen. Gut. Wen soll Yannick küssen? Das wird das Glücksrad entscheiden. Wen wird unser Yannick küssen? Tony. Oh mein Gott. Kann mir jemand sagen, Schrexa hast du mein Spiel manipuliert? Wieso passiert die ganze Zeit das, was Schrexa möchte? Kann mir das irgendjemand sagen? Tony, du musst jetzt leider aufstehen. Du wirst jetzt geküsst. Du wirst jetzt geküsst von unserem Yannick. Die beiden sind nämlich die einzigen, die schon eine romantische Leiste haben. Wieso können wir nicht gleich küssen? Man kann irgendwie nicht gleich küssen. Aber Techtelmächteln geht. Ich verstehe es nicht. Ja gut, dann müssen sie sich einfach die Hände küssen. Ist ja auch irgendwie eine Art von Küssen. Zwar nicht die, die wir gerne wollten, aber kann man nichts machen. Yannick, jetzt geh zu Tony. Nicht plaudern. Plaudern, Händeküssen? Ich finde nicht ganz, was da passiert. Yannick. Küsst jetzt seine Hände. Oh. Bei den beiden läuft es am besten. Was machen sie jetzt? Okay, jetzt möchten sie nur plaudern. Er fühlt sich auch super koquett. Die mögen das alle, dass es ordentlich ist. Das sind schon komische Sims. Und Yannick stinkt auch schon ziemlich. Ich weiß nicht ganz, wie gut Tony das gefällt. Immerhin ist Tony sehr ordentlich. Und Yannick stinkt, aber sie scheinen sich gut zu verstehen. Oh, jetzt denkt er dran, dass er stinkt. Ähm, ja. Wie immer, lasse ich das Gespräch noch ein bisschen weiterlaufen. Okay, sie möchten nicht mehr miteinander reden. Er möchte tanzen. Wie könnte es anders sein? Die Sims wollen immer tanzen. Also, dann haben wir nochmal Yassi. Sie möchte Olivia und Tony. Was passiert, werden wir sehen. Olivia und Tony. Ich bin gespannt. Und? Hände küssen. Okay. Olivia. Das könnte jetzt alles zerstören. Zwischen Tony und Yannick. Zumindest, wenn er es sieht. Ich weiß nicht, ob er es sieht. Wo ist Yannick? Hier, Yannick ist draußen. Es könnte sein, dass er es nicht mitbekommt. Aber wir werden sehen. Olivia weckt ihn jetzt mal auf. Und dann wird sie ihm die Hände küssen. Okay, jetzt dachte ich schon, die haben voll die romantische Leiste, aber haben sie nicht. Oh, oh. Er hat es nicht nur gemocht, sondern er hat mit jetzt auch eine Stimmung. Tony ist verknallt in Olivia. Dabei hat er mit Yannick viel mehr romantische Leiste, aber mit ihm hat er keinerlei Gefühle. Oh, oh. Es beginnt gerade. Das Drama beginnt. Okay, Gianni wünscht sich Techtelmechtel. Zuerst hat jetzt Gianni eingelöst. Er möchte, dass Yannick mit irgendjemandem Techtelmechtelt. Das werden wir dann gleich mal machen. Bin schon gespannt, mit wem. Das heißt, da werden wir das jetzt auslosen. Mit wem wird Yannick versuchen zu Techtelmechteln? Mit Rex. Ich glaube, die beiden kennen sich noch nicht mal. Aber gut. Wo ist Rex? Rex fühlt sich unwohl, ist unglaublich müde und stinkt. Aber Yannick stinkt auch. Also vielleicht ist es Schicksal. Wo sollen die Techtelmechteln? Vielleicht irgendwo, wo es nicht jeder sieht? Wobei, es kann überall jeder sehen. Das ist halt das Problem mit diesem Haus. Jetzt, Yannick, geh zu Rex und sag, hey, ich finde dich voll süß. Wir haben zwar noch nie miteinander gesprochen, aber würdest du nicht gern mit mir in die heiße Quelle gehen? Nackt, weil ich bin süß. Ich schwöre es. Schau mich an. Er geht mit. Was ist mit denen? Die haben noch nie miteinander gesprochen. Und Zoe hat jetzt einen Attraktivitätsalarm auf den Butler. Okay, Zoe flirtet gerade mit dem Butler. Irgendwie sind gerade alle kokett. Egal, die beiden gehen jetzt Techtelmechteln. Ähm, Mandy? Was machst du? Mandy? Okay. Das Techtelmechtel kam nicht zustande, weil Mandy es einfach gecrasht hat, um hier zu schlafen. Und jetzt geht sie wieder. Ich glaube, Mandy steht entweder auf Rex oder auf Yannick, weil die beiden wollten gerade Techtelmechteln und sie ist einfach in die heiße Quelle rein und hat aber dort nichts gemacht. Dann ist sie wieder gegangen. Und jetzt hat Yannick einen Attraktivitätsalarm auf Zoe. Okay. Aber Yannick hat jetzt zumindest eine romantische Leiste mit Rex, weil die beiden wollten ja Techtelmechteln. Aber Mandy war so, nope, nicht heute. Ich möchte auch hier sein. Das Techtelmechtel hat leider nicht stattgefunden. Das wurde unterbrochen. Dafür kann ich nichts. Deshalb werden wir das auch nicht wiederholen. So. Dann hat sich noch jemand gewünschen. Mary hat sich gewünschen Mandy und Ethan. Das ist unser Ethan. Der grantige Ethan. Und wer ist Mandy? Ich verwechsel die auch alle immer noch. Ach, das ist Mandy, der das Techtelmechtel der beiden unterbunden hat. Gut. Dann werden wir jetzt auswürfeln, was die beiden machen. Und zwar haben wir jetzt Mandy und Ethan. Und was werden die beiden miteinander machen? Ich bin schon sehr gespannt. Hände küssen. Mandy wird Ethan die Hände küssen. Es wird immer spicier hier. Ich sag's euch. Mandy, kannst jetzt nicht mehr schlafen. Sie fühlt sich unwohl, weil sie in der schmutzigen Quelle war. Ja, wärst du nicht reingegangen? Da wollten zwei Grad Techtelmechteln. Ich weiß eh nicht, was du da verloren hattest. Niemand weiß es. Und sie wird jetzt einfach Ethan die Hände küssen. Oh, ich liebe die Challenge, Leute. Es ist so spicy. Äh, Zoe kennt jetzt die Techtelmechtelinteressen von Yannick? Ähm, 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 what? Das hab ich nicht geklickt, Leute. Aber aus irgendeinem Grund wird Yannick gerade zum Player. Und ich verpass grad so viel. Also, okay. Mandy, ja, du musst den küssen. Aber Yannick und Zoe gehen jetzt Techtelmechteln. Wohin geht ihr denn, Techtelmechteln? Zuerst dachte ich, es passiert gar nichts. Und jetzt passiert alles auf einmal nicht. Also. Er ist down. Er hat sich gefreut. Aber sie haben keine romantische Leiste. Doch, haben sie. Oh mein Gott. Sogar ziemlich viel. Und Yannick, ähm, ja. Yannick geht jetzt mit Zoe in diesen Busch. Zoe hat, du hast ja grad vorher gefragt, mit wem du was am Laufen hast. Du hattest eigentlich mit niemandem was am Laufen. Und auf einmal gehst du jetzt mit Yannick in diesen Busch. Und Yannick stinkt. Übrigens. Schön. Habt ihr euch gefreut? Seid ihr glücklich? Zoe fand's toll. Es wurde nicht verhütet. Ja, das ist mir egal. Das gibt es nicht. Und er ist auch glücklich. Ja. Finde ich toll. Ähm, wow. Okay. Die Leiste. Was war mit der Leiste? Oh, wow. Wow. Die beiden mögen sich so, die können ja was heiraten. Ach. Und jetzt haben wir von Yassi hat sich gewünscht, Olivia und Toni nochmal. Schauen wir mal, was die beiden jetzt miteinander machen. Okay. Tja. Olivia und Toni irgendwie wollen die sich nur streiten. Der ist da oben und fühlt sich kokett. Man weiß nicht warum. Olivia wird jetzt einfach mal hingehen. Und wird gemein. Wo ist denn das? Die kalte Schulter zeigen. Sorry. Aber das Glücksrad hat entschieden. Okay. Das hat ziemlich an der Leiste gezehrt, muss man sagen. Und noch weiter. Was haben wir dann? Als nächstes haben wir Mandy und Zoe. Das wünscht sich die Mary. Mutter als Lama beschimpfen. Mandy wird Zoe. Wo haben wir Zoe? Das ist Zoe. Wird jetzt sagen, deine Mutter ist ein Lama. Ach, das kann ich schon wieder nicht. Dann wird sie einfach, dann wird sie sie einfach anbrüllen. Nein, beleidigen. Beleidigen passt da eher dazu. Das ist eher das Ähnliche. Okay. Die beiden kommen schon mal nicht miteinander klar. Aber jetzt lachen sie. Ich verstehe es nicht ganz. Und jetzt fühlt sie sich selbstsicher. Aber sie streiten weiter. Sie möchte sie nochmal beleidigen. Okay. Das habe ich nicht geklickt. Da bin ich unschuldig. Ich glaube, Mandy möchte sehr viel Drama, wie es aussieht. Oder die beiden möchten Drama, weil die schreien sich jetzt voll an. Ich finde es sehr spannend. Die haben alle einen sehr eigenen Charakter, weil ich habe einmal beleidigen geklickt. Und die streiten die ganze Zeit weiter. Okay. Ich glaube, Mandy ist ein bisschen anstrengend. Und jetzt flüchtet Zoe auch schon, weil sie sich halt gar nicht dafür interessiert. Aber unsere Mandy, die, ja, ist halt auch ein Hitzkopf und deshalb beleidigt sie gern alle. Tja, wer hätte das gedacht? Und ja, sie möchte, dass jemand Techtel mächtelt. Mit wem ist die Frage, mit wem wird Toni Techtel mächteln? Ja. Mit Iven. Ja, gut. Toni, darfst nicht schlafen. Wach wieder auf. Iven fühlt sich kokett und isst hier unten ganz in Ruhe gegrillte, verdorbene Früchte. Ja, gut. Man kann Sims nicht immer vor sich selbst beschützen. Und die beiden werden jetzt Techtel mächteln im Busch machen. Toni, schnell. Steh auf. Und geh zu Iven. Und schlag mal vor, dass ihr gemeinsam ganz romantisch in den Busch geht. Oh, und Olivia sieht das. Oh nein. Olivia geht direkt hinter ihm. Ich glaube, die bekommt das jetzt mit. Wo ist Olivia? Okay, nein. Olivia ist schon wieder draußen. Ich glaube, sie hat es nicht mitbekommen. Macht er jetzt einen Techtel mächtel oder nicht? Sie haben es abgebrochen. Sie haben es abgebrochen. Irgendwie haben sie sich umentschieden. Vielleicht hat Toni Olivia gesehen und hat deswegen gedacht, ja, okay, eigentlich finde ich Olivia doch süß. Vielleicht sollte ich nicht gleich mit jemand anderem Techtel mächteln. Und hat sich irgendwen dann doch umentschieden. Ja gut. Wenn er es möchte, wie gesagt, ich mische mich da nicht ein. Und Yassi wählt Olivia fürs Techtel mächteln. Gut. Schauen wir mal, mit wem sie Techtel mächteln wird. Ich bin schon gespannt. Ich bin schon sehr gespannt. Mit Iven. Was haben denn alle plötzlich mit Iven? Zuerst wollte keiner mit ihm reden. Und jetzt müssen alle mit ihm Techtel mächteln. Also Olivia, du Techtel mächtelst jetzt mit Iven. Ich probiere jetzt einfach nochmal die heiße Quelle. Ich glaube, ich mache das jetzt immer abwechselnd. Heiße Quelle und Busch. Und wie gesagt, wenn sie es abbrechen, dann brechen sie es ab. Oh, sie fühlt sich traurig. Warum? Geteiltes Leid, weil sich irgendjemand schlecht fühlt. Ja, weil die sich absolut nicht um ihre Bedürfnisse kümmern können. Was ist denn mit denen? Die sind irgendwie nicht fähig zu überleben. Aber gut, Olivia geht jetzt hin zu Iven und sagt jetzt, hey, ich finde dich voll süß. Und deshalb würde ich gern mit dir in die heiße Quelle gehen. Ich glaube, Toni hat das mitbekommen. Toni? Irgendwie bekommen die das nicht mit. Irgendwie checken die Sims nicht, wer da Techtel mächtelt. Schauen wir mal. Vielleicht interveniert ja wieder wer. Es sieht gut aus. Wobei das war letztes Mal auch so, oh, das ist so ekelig. Irgendwer muss dann diese heiße Quelle säubern. Das sieht ein bisschen garstig aus. Ja. Funktioniert es jetzt? Hä? Sehr wütend. Irrationaler Hass gegen die Sonne. Iven beschließt, dass er die eine Sache im Sonnensystem hasst, die alles am Leben hält. Okay, ich tippe jetzt mal drauf, dass Iven das war und gesagt hat, nein, wenn es so heiß ist, dann will ich sicher kein Techtelmächtel mit dir. Was glaubst du, wer du bist? Und außerdem stinkt die heiße Quelle. Und Olivia ist jetzt halt ein bisschen verwirrt. Und sie interessiert sich auch nicht für ihn. Voll spannend, weil die beiden anderen, die vorher, wo das Techtelmächtel vorher abgebrochen wurde, die hatten dann eine romantische Leiste, aber sie haben nichts. Sagt, finde ich, schon ein bisschen was über den Charakter aus. Und Yannick hat die Mixenfähigkeit erworben. Und der Butler? Okay, ich dachte schon, er geht in die heiße Quelle. Aber er säubert sie. Das ist natürlich in Ordnung. Gut, dann hat sich noch gewünschen Rex und Tony. Mary hat sich gewünschen, dass was zwischen Rex und Tony passiert. Und was passiert zwischen den beiden? Das werden wir gleich sehen. Es wäre fast Techtelmächtel geworden, aber sie sollen nur einander kennenlernen. Ist jetzt nicht so spannend. Und danach, ach, ich glaube, ich muss denen mal ein bisschen helfen bei ihren Bedürfnissen. Ich weiß nicht, warum, aber Rex ist nicht imstande zu überleben. Tony und Rex werden einander jetzt einfach ganz unschuldig kennenlernen und einfach ein bisschen was über sich selbst erzählen. Oh, er fühlt sich glücklich. Köstliche Erinnerungen. Ach so, weil er mit jemandem gekocht hat. Ja. Sie lernen sich einfach kennen. War jetzt nicht so spannend. Ist aber passiert. Und jetzt plaudern sie einfach noch ein bisschen. Mehr ist da dann aber auch nicht. Und jetzt, Schrexa, wünscht sich noch mal, dass Tony mit jemandem Techtelmächtelt. Und mit wem wird Tony nun Techtelmächteln? Okay. Mit Rex. Sie haben sich also gerade kennengelernt. Und Tony merkt schon, oh mein Gott, Rex ist so süß. Der ist so süß. Ich möchte jetzt mit dem Sachen machen. Wilde Sachen in einem Busch. Schön. Oh, jetzt haben sie sich nicht so gut verstanden. Aber für das Techtelmächtel sind sie irgendwie immer down. Ich verstehe es auch nicht ganz. Ach, dieser Tony. Ja. Tony und Rex. Und Yannick und Zoe sind beste Freunde geworden. Also gute Freunde. Oder? Uch. Ähm, das war wild. Ja. Die Techtelmächtel jetzt hier im Busch. Ja. Die haben jetzt wahrscheinlich auch voll viel romantische Leiste, oder? Das finde ich jetzt spannend. Weil vorher haben zwei Techtel... Wer hat vorher Techtelmächtelt? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber die hatten so viel romantische Leiste dann. Und die haben jetzt fast gar nichts. Das verstehe ich irgendwie nicht. Aber okay. Ähm, wo habe ich denn aufgehört? Was war das letzte? Zweiter Versuch. Tony soll Techtelmächteln. Das hatten wir gerade von Schrexer, oder? Das heißt, wir sind jetzt bei Zoe. Mit Zoe und Olivia. Ist das richtig? Zoe und Olivia. Was machen die beiden? Die beiden werden... Flirten. Komm mal hierher. Ich teleportiere dich einfach hierher. Und hör auf zu schlafen. Warum schlafen die denn immer? Olivia, du kannst da bleiben. Oder nein? Wir klicken einfach mal auf Flirten. Und dann schauen wir, wo sie hingehen. Das ist natürlich absolut ihnen überlassen, wo sie hingehen. Jetzt plaudern sie wieder nur. Ich verstehe es nicht ganz. Sie wollen nicht immer das machen, was ich will. Wobei, okay, nein, sie flirten. Sie haben aber keine romantische Leiste, oder? Ich glaube, sie haben keine bekommen. Okay, aber sie scheinen sich gut zu verstehen. Danach haben wir von Celine Mandy Techtelmächtel. Das ist unsere Mandy, die schläft hier gerade. Bitte hör auf zu schlafen. Für Schlafen haben wir keine Zeit. Ihr müsst hier wilde Sachen machen. Mit wem wird unsere Mandy jetzt Techtelmächteln? Mit Rex. Schon wieder mit unserem Rex. Alles klar. Hier haben wir Rex. Er macht die ganze Zeit Sport und er hasst es. Die beiden machen jetzt ein Techtelmächtel im Busch. Mandy Techtelmächtelt jetzt mit Rex. Und? Möchte er? Ja, ich glaube, die sagen irgendwie nie nein. Ich glaube, die möchten alle immer mit jedem Techtelmächteln. Finde ich spannend. Und? Ja. Natürlich. Techtelmächteln auch die beide jetzt. Sie haben zwar eine romantische Leiste, aber ich weiß nicht, wie viel. Es wurde nicht verhütet. Ja, ja. Oh, wow. Die haben jetzt schon wieder so viele Beziehungen dazu bekommen. Ich verstehe es nicht. Weil Rex hat ja auch mit Toni getechtelmächtelt... Nein. ...mit Efen getechtelmächteln. Und da war fast nichts. Ich verstehe das nicht ganz. Aber okay. Gut. Was war das Nächste? Yannick und Zoe haben wir jetzt. Yannick und Zoe. Gut. Das hat sich Gianni gewünscht. Was passiert zwischen Yannick und Zoe? Das werden wir jetzt sehen. Die beiden... ...werden sich nur kennenlernen. Schon ein bisschen langweilig, hey. Zoe geht zu Yannick und ihr werdet einander kennenlernen. Sie können sich gar nicht kennenlernen da. Die haben ja auch schon eine unglaublich gute Beziehung. Das hatte ich schon wieder vergessen. Zoe hat jetzt die Charisma-Fähigkeit erworben. Ja. Die beiden scheinen sich ganz gut zu verstehen. Das passt sehr gut. Zoe und Mandy kommt jetzt dran. Zoe. Und 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 Mandy. Okay. Was werden die beiden miteinander machen? Oh. Ähm, ja. Zoe und Mandy werden sich jetzt prügeln. Tja. Zoe. Mandy. Oh, die beiden verstehen sich ja eh gar nicht. Können die sich einfach so prügeln? Okay, aber ich möchte, dass sie sich prügeln. Die werden sich jetzt mal ein bisschen beleidigen. So lange, bis sie sich prügeln können. Dann werden wir einmal verbotene Wörter um die Ohren brüllen. Oh, oh. Hier kommt Mandy. Und jetzt beleidigt sie Zoe. Yannick steht einfach nur daneben. Und ich glaube nicht, dass er weiß, was hier überhaupt abgeht. Anstacheln. Ähm. Könnt ihr endlich kämpfen, bitte? Ich möchte, dass ihr kämpft. Schub sie. Okay. Und dann. Stachel sie nochmal an. Kämpfen. Ja, sie können kämpfen. Sorry. Ich glaube, mein Mikro hat gerade übersteuert. Okay. Die beiden werden jetzt kämpfen. Und Toni tanzt einfach im Hintergrund. Oh mein Gott. Seht ihr, Toni, wie er tanzt? Yannick sitzt da. Oh, jetzt kommen sie. Nein, okay. Niemand kommt und sieht zu. Es ist jedem komplett egal. Und die beiden prügeln sich einfach. Okay. Mandy hat eindeutig gewonnen. Zoe und Mandy verabscheuen sich jetzt. Oh, oh. Und Zoe ist tatsächlich benommen. Vermöbelt. Ein ordentlicher Reinfall kann ein Sim ein wenig benommen machen. Groll nach einem Streit und zornig. Ich glaube, zwischen den beiden, das wird nicht mehr so schnell was. Und jetzt hat sich Yassin noch gewünscht. Olivia und Toni nochmal. Ach, du wirst unbedingt, dass zwischen den beiden was passiert, oder? Was werden die beiden machen? Oh, oh. Ein Techtelmechtel. Also, Olivia und Toni werden jetzt ein Techtelmechtel miteinander machen. Olivia, geh doch zu deinem Toni, der hier hinten tanzt. Ganz unschuldig. Er weiß noch gar nicht, was ihn erwartet. Und jetzt werden die beiden ein Techtelmechtel im Busch machen. Ich habe wieder auf den Busch geklickt, weil irgendwie in der heißen Quelle passiert ja absolut nie was. Ich finde es lustig, weil als nächstes hat sich Schreckser nämlich gewünscht, Toni zum Abschluss noch ein Techtelmechtel im Busch. Das heißt, Toni wird dann einfach noch ein Techtelmechtel mit irgendjemand anderem im Busch haben. Aber gut. Ist natürlich absolut in Ordnung. Und dann gehen die beiden jetzt gemeinsam in einen Busch. Großartig. Ich hätte echt nicht gedacht, dass dieser Busch der Haupttechtelmechtelspot wird, da wir ja auch sechs verschiedene Betten haben und eine heiße Quelle. Aber alle gehen immer nur in diesen Busch. Und duschen haben wir auch. Ja, irgendwie wollen alle nur in diesen Busch. Ich weiß auch nicht, warum. Ich bin nicht schuld, das entscheide nicht ich. Weil was anderes habe ich gar nicht zur Auswahl. Und die beiden haben jetzt trotzdem fast keine Beziehung? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es absolut gar nicht. Aber okay. Dann haben wir nochmal Toni Techtelmechtel im Busch. Mit wem? Werden wir jetzt gleich sehen. Und das Rad dreht sich. Mit wem wird er nun Techtelmechteln? Es ist so spicy. Jetzt mit Yannick. Jetzt einfach mit Yannick. Was ist das? Ja gut. Toni, du gehst jetzt zu Yannick. Und direkt, direkt nachdem er aus dem Busch gekommen ist, weil er ein Techtelmechtel mit Olivia hatte, geht er einfach zu Yannick und sagt, Hey, ich war gerade mit jemandem im Busch. Möchtest du nicht auch mit mir in den Busch gehen? Da ist es voll kuschelig und so. Ist echt sehr, sehr schön. Zoe hat einen Lebensstil im Aufbau. Aha, okay. Yannick hat das erste Techtelmechtel? Das ist doch eine Lüge. Wieso steht denn das immer da? Er hat ja doch mit Zoe auch eins. Oh, die haben jetzt eine Stimmung miteinander. Jetzt ist Yannick in Truni verknallt. Aber Yannick ist auch in Zoe verknallt. Zoe fühlt aber scheidende Liebe gegenüber Yannick. Zoe hat die Liebe ihres Lebens beim Flirten mit jemand anderem erwischt. Ist das eine unbedeutende Sache oder verliert dieser Sim das Interesse? Was meint ihr? Ich finde ja, Liebe ihres Lebens ist ein bisschen hochgegriffen. Aber okay. Nein, aber warum haben die dann trotzdem so eine gute Beziehung? Sie ist auf jeden Fall sehr traurig wegen Eifersucht. Also ich glaube, sie hat das gerade mitbekommen. Und ich glaube, sie findet es gar nicht so gut. Aber Yannick fand es zumindest gut. Richtig Reality-TV. Ja! Oh mein Gott. Und jetzt kommt... Ähm... Ähm... Und jetzt kommt... Okay, es ist wieder weg. Aber da war gerade Mary, die... Mary, was red ich? Zoe wollte ihn gerade küssen. Aber vielleicht hat sie dann gesehen, dass er gerade mit Tony aus dem Busch kommt und war so, nope, dann küsse ich ihn doch nicht. Oh mein Gott, die Leiste. Stimmt, die Leiste von Tony. Und Yannick ist einfach höher als die von Tony und Zoe. Okay. Wir drehen jetzt nur noch einmal. Und zwar hat sich Zoe gewünschen. Techtelmechtel mit Yannick. Wir wissen nicht, was dabei herauskommt. Wer weiß, mit wem wird Yannick jetzt Techtelmechteln? Was wird passieren? Ja, nicht mit ihm selbst. Das funktioniert so nicht. Gut. Mit wem wird er Techtelmechteln? Jetzt wird es ernst. Yannick, hör auf. Du machst das mit Absicht. Ich weiß nicht wie, aber du machst das. Mit Tony! Das Schicksal hat entschieden. I'm sorry, Zoe. Aber ja, die beiden Techtelmechteln jetzt einfach nochmal. Was soll ich sagen? Tony wollte auch schon von selbst hin und Yannick küssen. Das kann er natürlich auch gern noch machen. Tony, geh zu deinem Mann und küss ihn. Zoe geht es leider richtig schlecht. Oh mein Gott, Zoe weint einfach im Schrank. Zoe weint im Schrank, weil... Zoe weint im Schrank. Und Yannick ist verknallt in Tony. Und die beiden gehen jetzt nochmal Techtelmechteln. Weil das hat das Glücksrad entschieden. Ich liebe diese Challenge. Also ich hoffe, ihr liebt sie nur halb so sehr wie ich, weil ich finde es absolut großartig. Ich meine, I'm sorry, Zoe, dass du da jetzt im Schrank weinst. Es tut mir echt leid. Aber ich glaube, der Liebe von Yannick und Tony, der kann einfach nichts im Weg stehen. Yannick ist glücklich. Er fühlt sich gut, weil er ein schönes Sechtelmechtel hatte. Er, ja, was noch? Ja, keine Ahnung. Sie sind einfach füreinander bestimmt. Aber es ist noch nichts entschieden. Und ich erzähle euch dann gleich, warum noch nichts entschieden ist. Oh, und der Busch stinkt schon ganz schön. Igitt. Ja. Das ist jetzt einfach so. Aber die beiden werden wieder Techtelmechteln. Sorry, sorry. Aber Tony und Yannick haben es von Anfang an gefühlt. Für das, was Ginnylein gesagt hat, Yannick ist so lieb und kein Player, ist es schon wild, dass er schon mit drei verschiedenen in diesem Busch hier Techtelmechtel hatte. Ich will ja, ja, ich will es ja nur sagen. Vielleicht, weiß ich nicht. Ist er doch ein bisschen Playboy. Oh mein Gott. 100% Freundschaft, 100% Liebe. Die sind jetzt anscheinend echt das Power Couple. Und er hat gerade gefurzt. Ja, schön. Und jetzt küssen sie sich. Oha. Und sie haben jetzt noch eine Stimmung miteinander. Sie haben jetzt die Stimmung. Oh, sie empfinden erstens tiefe Verbundenheit füreinander. Und dann hat Yannick noch Gegensätze ziehen sich an. Yannick hegt romantische Gefühle für Tony, obwohl die beiden extrem verschieden sind. Voll süß. Und jetzt kommt Ethan und will plaudern. Was machen eigentlich die anderen so? Ja, Mandy ist noch immer unheimlich wütend, weil die hat sich ja geprügelt vorhin mit. Und sie hat ja auch gerade Minus Herz, Minus Herz. Wieso? Weiß ich nicht. Wobei sie und Rex haben eigentlich eine ziemlich gute Beziehung. Unser Rex, der hat eben eine gute Beziehung mit Mandy, ein bisschen mit Tony und auch ein bisschen mit Yannick. Der ist auch gut herumgekommen. Olivia, die hat tatsächlich nur ein bisschen mit Tony. Ansonsten nicht wirklich was. Tony hat Yannick, Olivia und Rex. Irgendwie sind die Männer mehr herumgekommen, heißt die Frauen, oder? Ja. Weil Zoe hat auch nur Yannick und ist voll traurig. Zuerst hat sie sich geprügelt. Jetzt ist sie noch verkatert. Und dann ist sie auch noch eifersüchtig. Ethan, der fühlt sich unwohl, weil er Poolwasser getrunken hat. Der hat ein bisschen eine Love. Also Mandy und er sind ein bisschen einander interessiert. Auch nicht so wild, aber ein bisschen zumindest. Yannick, ja Yannick ist unser Playboy. Tony, Zoe und Rex. Das sind die Kandidaten und Kandidatinnen der ersten Woche. Und jetzt wird entschieden, wer uns heute verlässt. Wir haben unseren Tony, unseren Yannick, unsere Mandy, unsere Olivia, unseren Ethan, unseren Rex und unsere Zoe. Wer wird uns heute nur verlassen? Das werden wir jetzt herausfinden. Wir haben jetzt gerade die erste Entscheidung unserer Dating Challenge. Und zwar werden wir jetzt auslosen, wer sich als erstes sein Match aussuchen darf. Wer darf als erstes entscheiden? Wer darf als erstes entscheiden? Und zwar darf als erstes Tony entscheiden. Ja, da gibt es eigentlich gar keine Diskussion. Weil wenn wir uns das anschauen, bei manchen gibt es vielleicht eine Diskussion. Hier aber nicht. Schaut euch das an. Yannick und Tony. Ich meine, Olivia mag er zwar ganz gern, aber die haben eine romantische Leiste von sieben. Und sie haben einfach 100-100. Ich glaube, es ist eindeutig, er entscheidet sich für Yannick. Falls jemand einen Einwand hat, schreibt ihn gerne in den Chat. Aber ich glaube, Tony und Yannick, das ist eindeutig. Er wird einfach hingehen und ihn umarmen. Ich glaube, umarmen ist gut. Könnt ihr euch mal umarmen, bitte? Umarmen. Gut, die beiden haben sich füreinander entschieden. Wieso stinkt Rex jetzt doch? Hä? Rex hat krasse Szene miterlebt, weil öffentliche Liebesbekundung gesehen hat. Tony hat gesehen, wie sich zwei Sims in aller Öffentlichkeit übereinander hergemacht haben. Gibt es denn gar keinen Anstand mehr? Und dann hat Rex auch noch miese Zeit, weil er immer Sport macht. Ich glaube, er hat irgendwen beim Techtel-Mächtel beobachtet und ist jetzt voll mad deshalb. Okay. Ja gut, tut mir leid, Rex. Aber Yannick und Tony, die beiden, werden jetzt mal reingehen. Ihr könnt euch ja mal hier hinsetzen. Für euch ist die Matching-Zeremonie nämlich vorbei. Und wir gehen dann zurück zu den anderen. Warum steht denn Rex eigentlich so blöd da? Ja, egal. Rex möchte uns nicht anschauen. Unser erstes Paar für heute, das war unser Yannick und unser Tony. Nun haben wir noch übrig Mandy, Olivia, Ethan, Rex und Zoe. Jetzt wird das Glücksrad entscheiden, wer als nächstes seinen Partner wählen darf. Wer darf als nächstes sein Match wählen? Wenn jetzt Yannick oder Tony drankommen, müssen wir natürlich nochmal drehen, logischerweise. Olivia ist dran. Das wird spannend. Ich weiß gar nicht, mit wem Olivia so gematcht hat. Bei Olivia ist das jetzt so. Olivia hatte eigentlich nur eine romantische Leiste mit Tony. Tony ist aber schon weg. Das heißt, ich finde, wir werden danach gehen, mit wem sie am meisten Freundschaft hat. Und dann haben sie eben ein freundschaftliches Match. Das gibt es eigentlich auch oft. Und sie ist voll traurig. Und sie hat mit Mandy 47. Tony ist ja schon weg. Dann mit Rex 46. Yannick ist eigentlich auch schon weg. Und mit Zoe hat sie 40. Das heißt, ich würde ehrlich gesagt sagen, sie entscheidet sich für Mandy. Weil sie haben die beste Freundschaft. Sie sind miteinander befreundet. Sie verstehen sich am besten. Und deshalb werden die jetzt ein Match miteinander haben. Wie gesagt, sie haben noch keine romantische Beziehung. Das heißt, es ist ein durchaus freundschaftliches Match. Aber sie wollen halt beide im Spiel bleiben. Und deshalb entscheidet sie sich für Mandy. Deshalb wird sie jetzt hingehen und wird sie einmal umarmen. Und dann sind auch Olivia und Mandy sozusagen eine Runde weiter. Und sind auch nächste Woche noch dabei. Das heißt, auch die beiden können jetzt ins Haus gehen. Setzt euch zu den anderen. Ihr setzt euch zu den anderen. Dann können die ja drüber plaudern, was passiert ist und wer sie glauben, dass weiterkommt. Die Matching-Zeremonie geht weiter. Vier Leute haben es schon eine Runde weiter geschafft. Und das Ding ist jetzt, wer jetzt von den beiden drankommt, kann sich für einen entscheiden. Und der, der übrig bleibt, der fällt leider raus. Für den ist die Reise hier leider schon vorbei. Dieser Sim wird seine wahre Liebe nicht hier finden können. Nicht hier bei Love Island. Sondern muss sie in der wirklichen Welt suchen, wie jeder andere Mensch. Schön. Dann werden wir jetzt auslosen, ob Ethan, Rex oder Zoe das nächste Match wählen dürfen. Spin the Wii. Rex kommt dran. Okay. Dann ist Rex jetzt dran. Ich habe keine Ahnung, was Rex so macht, mit wem Rex eine Verbindung hat. Ich weiß gar nichts. Das könnte spannend werden. Oh. Der mag beide tatsächlich nicht so gerne. Mit Zoe hat er 19. Und mit Ethan hat er auch 19. Dann müsst ihr das jetzt entscheiden. Entweder Zoe oder Ethan. Ich werde gleich eine Abstimmung machen. Für wen sich Rex entscheiden wird. Die Abstimmung läuft jetzt. Für wen soll sich Rex entscheiden? Das ist Rex. Soll er Ethan wählen oder soll er Zoe wählen? Er hat mit beiden tatsächlich einen Wert von 19 in der Freundschaft. Er hat mit keinem von beiden eine romantische Leiste. Ethan findet er attraktiv. Und Zoe findet er sehr attraktiv. Zoe hat sich halt schon gehauen. Aber Ethan zickt mir. Beides spannend. Ja, ich finde es auch spannend. Also Zoe hat sich eben schon geprügelt mit Mandy. Aber Ethan ist dafür die ganze Zeit schlecht drauf und hasst eigentlich jeden. Ich bin sehr gespannt, für wen ihr euch entscheidet. Bin sehr, sehr gespannt. 100 Prozent? Oh mein Gott. Ihr hasst Ethan richtig, oder? Also an die YouTube-ZuschauerInnen, wir hatten gerade eine Abstimmung, für wen Rex sich entscheiden soll. Und tatsächlich haben 100 Prozent für Zoe abgestimmt. Du wolltest hier doch gar nicht sein. Du bist angekommen und warst wütend. Du hast nur mit allen gestritten. Du wolltest niemanden kennenlernen. Du hast dich nur über alles aufgeregt. Du hast ja eh nichts verloren. Deshalb wird er jetzt leider ausziehen müssen. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Wie immer freue ich mich über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und wenn du live dabei sein möchtest, vergiss ja nicht, auf Twitch vorbeizuschauen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!